In diesem Film erfahren Sie, wie das Lichtsetup in der Szene aussieht, damit auch eine Animation der Szene möglich ist. Der Autor zeigt Ihnen auch, wie Sie ein Material erstellen, das in Szenen mit GI einen diffusen Schatten vortäuscht. In diesem Film schauen wir uns an, wie das Lichtsetup in unserer Szene aussieht, damit wir in der Lage sind, diese Szene zu animieren. Des Weiteren schauen wir uns an, wie es möglich ist, einen Schatten in dieser Szene mit dieser Scheibe vorzutäuschen. Zuerst aber gehen wir in die Ränder-Voreinstellungen und schauen uns einmal die Einstellungen in den Global Illumination ein. Als GI-Modus wurde hier der Himmels-Sampler gewählt. Er bietet den Vorteil, dass für ihn kein separater Prepass gerendert werden muss und er so mit jedem Bild gestartet werden kann und es keine Probleme bei der Verrechnung der Samples gibt. Der Gamma wurde hier auf 1,4 erhöht, um der Szene ein wenig Helligkeit zu geben. Bei den Samples wurde die Sample-Rate auf 96 erhöht, um Noise auf diesen Objekten zu vermeiden, die entstehen, wenn wir die Sample-Rate zu niedrig setzen. Kommen wir noch jetzt endlich zu unserer Scheibe, die die Schatten erzeugt. Wir aktivieren sie einmal, schauen hier auf das Render-Tag und sehen, dass wir jetzt das Hintergrund-Compositing eingeschaltet haben. Normalerweise dürften wir jetzt auf dem Boden keine Schatten sehen. Wir rendern diesen Ausschnitt einmal und wir sehen Schatten. Wir schalten unsere Scheibe aus und sehen keine Schatten. Okay, um das Prinzip jetzt zu verstehen, was dahinter steht, öffnen wir einmal das Material unserer Scheibe. Im Farbe-Kanal wird einfach ein Schwarz verwendet. Den eigentlichen Trick erledigt der Alpha-Kanal. Es ist möglich, in den Alpha-Kanal einen Ambient Occlusion Shader reinzulegen. Ich öffne hier einmal seine Settings. Normalerweise erstellt der Ambient Occlusion Shader einen Farbverlauf von Schwarz nach Weiß. In der Szene bedeutet das, wenn unsere Ebene hier unten im Farbkanal diesen Ambient Occlusion Shader hätte und wir das Bild rendern würde, würde es hier vorne an der Kante schwarz sein und mit zunehmender Entfernung zur Wand in Weiß übergehen. Wenn wir jetzt dieses in den Alpha-Kanal legen würden, wäre unsere Scheibe hier vorne transparent und wäre hier hinten deckend. Dadurch, dass wir jetzt ein schwarzes Material verwenden und diesen Farbverlauf umgekehrt haben, erreichen wir, dass unser Alpha-Kanal in der Nähe zum Beispiel von diesem Fuß weiß ist, also nicht durchsichtig und mit größerer Entfernung dazu schwarz wird, also durchsichtig. Ich demonstriere das einmal an einem anderen Material, um einmal die Auswirkungen zu sehen. Wir setzen mal hier die Farbe auch auf Schwarz, aktivieren den Alpha-Kanal und laden jetzt hier einfach mal einen Farbverlauf hinein. Wir stellen es hier einmal auf Ebene, um es besser sehen zu können. Den Farbverlauf stellen wir einmal auf Kreisförmig. Jetzt sehen wir hier, der schwarze Bereich wird in unserer Ebene transparent, das heißt, das Material wird hier durchsichtig. Das wäre jetzt das Ergebnis, wenn hier unser Fuß steht und auf dem Boden ein Immune Occlusion Sheter wirkt. Dadurch, dass wir jetzt diesen Farbverlauf umgedreht haben, erreichen wir genau das Gegenteil. Das heißt, unsere Scheibe ist dort, wo der Fuß steht, deckend und erzeugt einen dunklen Bereich. In den anderen Bereichen, die weiter vom Fuß entfernt sind, wird der Farbverlauf schwarz und unsere Ebene, besser gesagt unsere Scheibe, wird transparent. Wir sehen, dass hier dieser kleine Schatten zu sehen ist. Dies liegt jetzt daran, dass hier die Geometrie in dem Ambient Occlusion Shader dafür sorgt, dass unsere Scheibe an diesen Stellen sichtbar wird. Unsere Scheibe ist schwarz, also sehen wir hier vorne ein schwarzes Material, genau wie hier vorne. Wir können es auch ganz gut beurteilen, wenn wir jetzt unsere Animation ein kleines Stückchen vorspielen und einmal schauen, bis unsere Partikel hier vorne vom Boden abheben. Das ist ein wenig zögerlich, weil ich da recht viel Geometrie verwendet habe. So, jetzt fängt dieses Logo an, sich vom Boden zu lösen und wir sehen, hier unten verschwindet der Schatten, der vorher noch zu sehen war, als unsere Geometrie in der Nähe der Scheibe war und dafür gesorgt hat, dass diese sichtbar wird und diesen dunklen Bereich auf den Boden wirft. Wir rendern noch einmal das komplette Bild. Wir gehen aber ein Stück vor. So. Und wir sehen anhand dieses Aufbaus sehr schön, wie wir durch die Beleuchtung mit dem Sky Sampler in der Lage sind, so eine Szene ohne das Rendern von Pre-Passes oder anderen Sachen sehr zügig und flackerfrei zu rendern und wie wir über diesen Trick mit der Scheibe, die einen einfachen Ambient Occlusion Kanal in seinem Alpha Kanal trägt, dafür gesorgt haben, dass sie in Bereichen, wo in ihrer Nähe Geometrie ist, zu sehen ist, also schwarz und mit abnehmender Entfernung durchsichtig wird. Wird das Ganze nun mit dem Sky Sampler gerendert und wie in diesem Fall in After Effects noch mit einem Motion Blur versehen, sieht unsere fertige Szene so aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.